Let's all over you. Willst du? Ja. Ich bin aber ehrlich. Das sag gleich nicht. Maschinen. Ich stehe auf Englisch. 3 oder 5. Ich stehe auf Englisch. In Englisch stehe ich immer auf 2. Es ist einfacher als Deutsch teilweise. Ja, klar. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komm, 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 komm! Hey! Was ist das? Das ging halt nicht. Was ist das? Komm, 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 komm! Ja. Was ist das? Ich weiß schon genau, was ich meine. Marajan solltest du nicht unbedingt eine klatschen lassen. Ja. Den willst du auch nicht auf der Straße bewegen. Ach. Wenn du nicht gehst. So lange er gerade gut gelaunt ist, geht das. So lange er gerade gut gelaunt ist, geht das. Er hat mir noch nicht gelaunt. Irgendwann ist er dann mal gut. So wie der? Ich denke mal, entweder ist ein Abrett-Bull. Das klingt doch heutzutage her. Merlich. Er will wiederholen. Komm, Donny! Komm! Komm! Was ist denn? Komm, Donny! Komm! Probier's doch. Probier's doch. Probier's doch. Ja, probier's doch. Probieren könnt ihr's ja noch. Ne, dann will ich jetzt nicht. Yes!